Welcher Tag ist heute? Es ist Samstag. Es ist Wochenende. Du gehst zu einer Party. Welcher Tag ist heute? Es ist Dienstag. Du spielst jeden Dienstag Tennis. Welcher Tag ist heute? Es ist Sonntag. Du gehst heute einkaufen. Welcher Tag ist heute? Es ist Montag. Du gehst heute ins Kino. Welcher Tag ist heute? Es ist Mittwoch. Du machst heute deine Hausaufgaben. Welcher Tag ist heute? Es ist Donnerstag. Du gehst heute in die Bibliothek. Welcher Tag ist heute? Es ist Freitag. Du hast jeden Freitag Gitarrenunterricht. Gut gemacht. Am Sonntag habe ich Gitarrenunterricht. Am Mittwoch mache ich meine Hausaufgaben. Am Donnerstag gehe ich in die Bibliothek. Am Montag spiele ich Tennis. Am Samstag gehe ich einkaufen. Am Freitag gehe ich zu einer Party. Am Dienstag gehe ich ins Kino. Gut gemacht.